Für unsere teuer erkauften bulgarischen Leva wollen wir uns jetzt aber auch einen schicken Strandtag machen. Irgendwie alles zugebaut mit Liegen. Es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sich hier drauf zu setzen. Aber es ist ja auch eigentlich ganz hübsch. Und das Schöne ist, in so einem preiswerten Urlaub, einer preiswerten Destination, da leistet man sich sowas schon mal. Ist ja nicht teuer. Denkt man. Wir suchen uns Liegen unter einem Sonnenschirm in der dritten Reihe aus. Und wie zu erwarten war, kommt sofort jemand zum Abkassieren. Hey, wie geht's dir, Boss? Gut. Und selbst? Vier Liegen? Ja. Das macht 60 Leva. 60? Ja. Eine Liege ist 8. Eine für 8. Ja. Die Liegen 8, die Matratzen für 3. Ach so. Ach, die Liegen kosten und die Matratzen kosten und die Schirme kosten. Vier Liegen, vier Matratzen, zwei Schirme. Das ist wie bei einer vierköpfigen Familie. Das sind jetzt 30 Euro. Nehmen Sie Euro? Ja, nehme ich. Das sind 33 Euro. 33 Euro? Ja, bei dem Kurs sind es 33. Also, es wäre sogar 33 Euro für den Tag hier. Meine Güte, ich bin erschüttert. Die rinnen mir hier durch die Hand heute erst beim Geldwechsel, dann bei ihm. Okay, man. Hey, thank you very much. Okay, danke. Vielen Dank. Boah, ich muss mir erst mal zurücklehnen. Ist es für die ganze Woche? Nein, nein, nein. Nur für heute. Ja, der hat einen Humor. Also, jetzt noch mal zum Mitschreiben. 33, wir sind hier nicht an der Côte d'Azur, wir sind am Goldstrand in Bulgarien. Da gehe ich als Urlauber schon davon aus, dass das, wegen der Strand einigermaßen, na, ich sag mal, im mittleren Preissegment liegt. Wir rechnen mal zusammen. Eine Woche, sieben Tage am Strand, so soll es ja sein, für eine vierköpfige Familie. Das sind spürbar über 200 Euro, nur fürs hier liegen. Und so viel kostet fast eine Woche hier im Hotel. Das heißt, du zahlst genauso viel für ein Hotelzimmer wie für so ein Ding am Strand. Ein kurzer Online-Check. Im Internet erfahren wir nämlich, dass das Liegen hier direkt in der ersten Reihe am Strand kostenlos sein soll. Dann wollen wir uns diese kostenlosen Plätze mal ansehen. Man hat keine Chance, hier ein freies Stück zu ergattern. Man sitzt, man liegt wie die hier, genau in der Brandung drin, ständig ist so wie hier Fußvolk unterwegs. Das ist auch kein schöner Urlaub. Aber dahinter wird es einfach richtig teuer. Zu teuer. So hier. Ist gut hier? Ja. Zahle ich da jetzt sofort? Ja. Okay. So, was kriegen Sie jetzt? Wie viele liegen? Wir haben vier liegen. Wie viel macht das in Euro? Wissen Sie das? 32 Euro. 32? Sind die Preise überall gleich? Gleicher Strand, gleicher Preis? Ja, genau. Aber die Leute da vorne müssen nicht bezahlen, oder? Nein, dort ist es umsonst. Aber wo ist es umsonst und wo nicht? Das kapiere ich nicht. Hier vorne ist gratis und da hinten auch. Aha. Da ganz hinten? Ganz hinten? Genau. Nur vorne am Wasser und ganz hinten? Ja. Und das, obwohl 50 Prozent hier Freifläche sein sollen. Der Preis bleibt derselbe. 32 Euro für einen Tag am Strand zu fehlt. Hey Moment mal, völlig egal, ob ich jetzt unter einem schicken Holzschirm oder so einem klapprigen Gestell hier liege. Ich zahle immer hier über 30 Euro. Das ist schon ein Schocker, von wegen Billigurlaub. Man denkt immer, hier spare ich mein Geld nicht da. Wir haben schon wieder was gelernt. Ich habe keine Chance hier. Keine Chance. Keine Chance. Ich habe keine Chance. Schau mal, schaut das hier mal an. Hier ist alles paid for. Ich stehe hier im Wasser. Ich kann mich nirgendwo hier hinlegen. Das geht nicht. Ich muss für alles bezahlen hier. Bis ins Wasser stehen die Leute rein mit dem Lieben. Ich kann mich hier nirgendwo hinlegen. Bin ich mal gespannt, wo hier die 50% sind, die er frei halten muss. Da hinten irgendwo. Den kann ich mir nicht hinlegen. Tut mir leid. Also nicht ohne zu bezahlen. Nochmal. Die Hälfte des Goldstrands soll unbezahlte Liegeflächen für jedermann bieten. Nur die suchen wir vergeblich. Und die Abschnitte werden peinlich genau überwacht. Dieser Beachboy zeigt mir schließlich die sogenannte Free Zone. Das ist jetzt die einzig freie Zone? Ja, genau. Also das ist das Einzige. Ich meine, direkt hier neben dem Klo? Ja, hier sind die Toiletten. Und ganz da hinten, da ist ein großer freier Bereich. Ohne Schirme. Und hier? Hier ist bezahlt. Okay, und das hier ist die Linie, dann? Ja, genau. Also hier drüben, da ist frei. Kann nicht sein, oder? Also hier kann ich mich nicht hinlegen. Das geht nicht. Da. Muss ich es mal überlegen. Ich habe drei Meter zwischen einem Abflussrohr, einem Mülleimer und den Duschen, wo ich mir jetzt hinlegen soll. Das ist nicht euer Ernst. Das ist ja nicht mal Urlaub. Dritter Klasse. Das ist ja... Das kann nicht sein. Sag noch mal, ich finde das... Das ist so eine Trennung in Arm und Reich, ja? Das senkt die Qualität des Urlaubs enorm. Binnen Minuten. Ich finde das rotzfrech. Frech kann ich auch. Und nehme mir einfach einen Platz zwischen den Liegen. Im Sand. Offenbar waren wir hier zu frech. Denn keine halbe Minute später steht ein muskulöser Typ neben mir. Ein Cheftyp. Er will sofort Kasse machen. Einen Stuhl für acht Leber pro Person, okay? Okay. Also Verhandlung haben wir. Okay. Ich habe gehört, dass 50 Prozent des Strands gratis sein müssen. Nicht 50, sondern 70 Prozent. 70? Und wo soll das sein? Die sind ganz da drüben. Wer sagt es? Das ist mein Strand. Dein Strand? Alles? Ja, ich habe diesen Strand gekauft für drei Millionen Leber. Die große Gratiszone ist da hinten. Du musst ja ein armer Mann sein. Ja, ich bin arm, weil ich ein scheiß Bulgare bin. Du bist sicher reich, weil du wahrscheinlich ein Engländer bist. Ja, nach dem Urlaub bin ich nicht mehr reich. Gib mir einfach acht Leber. Dann kannst du bleiben und es ist okay. Laut Aussage des Strandpaten sind sogar 70 Prozent der Fläche hier nicht vermietet. Wirklich? Also manchmal muss man ein bisschen höher hinaus, um die Wahrheit zu erkennen. Wir sind jetzt hier in einem Strandcafé. Zwei Stockwerke über dem Goldstrand. Und was der mir gerade erzählt hat, ist eine dreiste Lüge. Von wegen 70 Prozent des Strandes müssen hier frei sein zum Gratis liegen. Hier vorne, das kleine Ding, seht ihr? Und hier, abgegrenzt durch so eine Strippe, durch so ein Seil, das sind keine 70 Prozent. Du zahlst hier quasi überall. Und zwar von der Brandung, dort hinten einmal gesehen, bis ganz weit nach da, ist der Großteil des Strandes vermietet. Und zwar zu horrenden Preisen. Überhaupt nicht mehr so wie bei einem preiswerten Urlaub. Immerhin finde ich dann doch noch einen Teil der behördlich vorgeschriebenen Freifläche. Dem hier, das schaue ich mir mal an. Und zwar an einer hässlichen Kaimauer am Ende des Strandabschnitts. Dieser Bereich ist zwar gratis, hat dafür aber einen klitzekleinen Haken. Das sollen die 70 Prozent sein. Na schön, Urlaub. Zwischen so einem Beton und dem Zaun da. Und hier kann man liegen. Ist lustiger, aber das Baden ist verboten. Herzlich willkommen am goldenen Zweiklassen-Strand. Also ich habe an keinem europäischen Strand in meinem Leben bisher so eine große Abzocke gesehen. Ein paar Meterchen bleiben einem hier, sozusagen zum Freien liegen. Und der ganze Rest muss bezahlt werden. Und da, wo man liegen darf, darf ich noch nicht mal ins Wasser. Leute, Leute. Leute, Leute. Der Ärger am Strand war heute erst der Vorgeschmack. Okay.